Komm liebe Söldnerinnen und Söldner, hier ist wieder Bilder oder Söldner immer noch im Nachthemd. Was haben wir da sonst noch, außer das hier? Könnt ihr natürlich auch Aktivblock wechseln. Also den Aktivblock wechseln, beziehungsweise das und dann hier rüber. Das Original dieser Technik wäre ein bisschen anders, dass wir blocken, stechen, aber da man ja in den meisten nicht stechen darf, müsst ihr ja Aktivblocken und dann könnt ihr entweder ihn weg und schlagen oder blocken schlagen. Blocken und schlagen. Ihr könnt auch aus dem Block rausschlagen und schlagen. Das könnt ihr nur nicht, wenn ihr eine Reparierstange vorne habt. Das ist das Gleiche als eine etwas längere Reparierstange. Hier zack, tack, bumms. Und vorne zack, tack, bumms. Schlag, tack, bumms. Schlag, tack, bumms. Schlag, tack, bumms. Ne, das ist so ein bisschen die Grundidee. Das ist das, was ich jetzt auch so zum Säbel und Einhandfechten sagen kann. Mit Mürchterwaffe ist halt Brudelmitglade wahrscheinlich eher dann benutzt, wenn Duell und ich muss es noch vorne nehmen oder aber, ich bin jetzt mitten auf der Straße, ich werde attackiert, muss mein Schwert nehmen, was natürlich auch von mir gächte mit dem Säbel. Meinem Schwert geht das nicht. Außer es ist ein Gladius, Gladius funktioniert super, weil die Technik ist so Gladius. Zack, zack. Jo, das war's dann glaube ich mal wieder schon. So, dann wünsche ich euch natürlich einen schönen Tag und schönen Tag.